Und wir kommen jetzt zu Franziska Weiß. Die gibt es heute Abend im Tatort und vorher ist sie hier bei uns. Und es war ein wirklich sehr fröhliches Gespräch. Wir haben gesprochen über ihre Fernsehanfänge, die war ein bisschen kühl, sie war nämlich eine Leiche. Warum sie eigentlich etwas ganz anderes werden wollte und über Frauenküsse im Tatort gibt es heute Abend und jetzt bei uns.